Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pearl Harbor ist das größte geheimdienstliche Versagen der amerikanischen Geschichte. Das darf nie wieder passieren. Ich will es wieder gut machen. Wenigstens sind ein paar Jungs dabei, die noch kämpfen wollen. Die Japaner planen was Großes. Also was ist das Ziel? Vermutlich die Midway-Insel. Washington ist anderer Meinung. Washington liegt falsch. Wenn wir verlieren, gehört die Westküste den Japanern. Seattle, San Francisco, Los Angeles werden brennen. Wir haben den Befehl anzugreifen. Wir müssen ihnen einen Schlag versetzen, damit sie spüren, wie sich ein Treffer anfühlt. Wir sprechen von ein paar Dutzend Flugzeugen gegen die gesamte japanische Flotte. Das ist kein fairer Kampf. Wie soll ich diese Männer anführen? Sie folgen dir über alle. Wenn du dich der Gefahr gestellt hast, als andere auf dich gezählt haben, dann bist du allem gewachsen. Wie soll ich das sein? Untertitelung des ZDF für funk, 2017